Simon war ein junger Schafhirte. Da sah er in einer stillen Nacht einen geheimnisvollen Stern am Himmel ziehen. Simon konnte ihn nicht deuten, aber er erschien ihm von solcher Schönheit, dass er ihm wie verzaubert einfach folgte. Er kam zu einem Stall. Die drei Waisen standen dort schon mit ihren Geschenken in den Händen. Er sah das Kind in der Krippe. Seine Mutter Maria kniete einfach am Stallboden und Josef hielt den Ochsen und die Esel fest. Als Simon seinen Blick wieder auf das Kind richtete, sah es ihn für einen Augenblick fröhlich an und er erahnte, wo er hingekommen war. Da fühlte er sich plötzlich viel zu unbedeutend und gering und schämte sich seiner leeren Hände, mit denen er gekommen war. Und gerade als er sich deshalb davonschleichen wollte, stand Maria auf, um dem Kind frische Tücher in die Krippe zu legen. Sie nahm den fröhlichen, neugeborenen Knaben aus der Krippe heraus, blickte sich um und sah, dass die Hände der Waisen vollgepackt waren. Auch Josef hatte mit beiden Händen zu tun, um die Tiere festzuhalten. Also legte Maria das Kind wortlos in die Arme von Simon, dem jungen Schafhirten, der neben ihr stand. Gebannt stand er da, mit dem Heil, das auf die Welt gekommen war, in seinen Händen. Und er schämte sich in diesem Moment über seine eigene Scham, die er gerade noch darüber empfunden hatte. Ein kurzer, innig, freundlicher Blick und er fühlte, ihm war auch das verziehen. Darauf kullerten zwei Tränen aus seinen Augen. Und Simon erkannte klar und deutlich, dass der Knabe in seinen Händen gekommen war, alle unsere Tränen zu trocknen. Als Maria fertig war, bedankte sie sich lächelnd bei Simon. Der erwiderte, dabei wollte ich schon gehen, weil ich der Einzige hier bin, der mit leeren Händen gekommen ist. Das stimmt nicht ganz, sagte er Leuchtete und hielt ihm den neugeborenen Knaben entgegen. Auch er ist mit leeren Händen gekommen. Und leere Hände sind zugleich offene Arme. Und leere Hände. Untertitelung. BR 2018